Paul-Emile Lecoq de Beuys Baudran war ein französischer Chemiker, Leben und Werk. Der Sohn einer Weinhändlerfamilie wuchs in einer von Freundlichkeit gegenseitiger Achtung und persönlicher Verantwortung geprägten Atmosphäre auf. Seine Mutter unterrichtete ihn in Fremdsprachen und Geschichte. Im Selbststudium hierzu nutzte er Unterrichtsunterlagen der Ecole Polytechnique, verschaffte er sich ein solides Grundwissen in Chemie und Physik. Mithilfe seines Onkels richtete er sich ein Privatlabor ein, in dem er neben seiner Arbeit im elterlichen Betrieb verschiedene Experimente durchführte und 1875 dk-sekunden chemische Element Gallium aus patriotischen oder egoistischen Gründen so benannt entdeckte. Durch seine physikalisch-chemischen Arbeiten auf dem Gebiet der von Gustav Robert Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen entwickelten, Funken-Spektroskopie wurde Beuys Baudran schnell begonnen. Er war unbekannt und eine anerkannte Autorität. Er entwickelte eine Theorie über den Zusammenhang von Frequenz der Spektrallinien und Atommasse eines chemischen Elementes. Anhand fehlender Linien im Spektrum von Aluminium- und Indiumverbindungen versuchte er früh ein bisher unbekanntes Element zu finden, das zwischen den beiden Elementen einzuordnen wäre. Aber alle Versuche scheiterten an der geringen Menge der isolierten Substanz. Über die Vorhersage dieses zunächst als CKA-Aluminium bezeichnete Element durch Mendelier 1871 hat Beuys Baudran L.T. eigener Aussage nichts erfahren. So ließ er sich Zeit mit der weiteren Ausrüstung seines Labors und begann erst 1874 mit der Aufarbeitung von 54 kg einer Zinkblende aus Pierre Vitte, in dem Pyrenin, die er schon 1868 beschafft hatte. Im September 1875 konnte er das gesuchte Element erstmals anhand einer Spektrallinie nachweisen. Noch im gleichen Monat reiste er nach Paris und führte dort sein neues Element im Labor von Charles Adolphe Wurz vor. Hier lernte er unter anderem auch Charles Friedel kennen. Im November gelang es Beuys Baudran erstmals metallisches Gallium durch Elektrolyse einer ammoniakalischen Gallium-Sulfat-Lösung herzustellen. Nach kurzer Zeit hatte er eine ausreichende Substanzmenge hergestellt, um die physikalischen Eigenschaften zu bestimmen. 1876 arbeitete er zusammen mit seinem Mitarbeiter Emile Jungfleisch vier Tonnen Zinkblende auf und gewann daraus 75 g metallisches Gallium. Später wandte sich Beuys Baudran den Metallen der seltenen Erden zu und entdeckte die Elemente Samarium im Samaskit und Dysprosium in der Holmyomade. Punkt. Nach 1895 konnte er wegen einer Ankylose keine experimentellen Arbeiten mehr durchführen. Schriften Prie Baudin der Akademie der Wissenschaften Die Auszeichnung der Legion d'Ogneur à la Sorbonne Les Palmes Académiques Les Titres de Correspondent de l'Institut Grand Prix der Weltausstellung 1878 Davy-Medaille der Royal Society in London Den mit 10.000 Fros dotierten Prie Lacazelle durch die Akademie der Wissenschaften Ich bin ein Kutter Erspannungsgleich die Baudzin